Was erwartest du von dem Akustik-Set? Ich erwarte harte Gitarren, viele Grunts und unglaubliche Blassbeats am Schlagzeug. Macht ihr denn auch ein paar Sachen zusammen außerhalb von Musik? Man lernt nie aus, da kann man sicher auch Zawak oben rein machen, oder? Auf Platz 1 ist gelandet die Frage Zickenkrieg-Doppelpunkt. Was sorgt auf jeden Fall für Zaw im Tourbus? Und Lukas zieht jetzt nämlich aus unserem Legacy-Metal-Quartett drei Karten. Was könnt ihr noch außer Musik machen? Bis zum nächsten Mal.